Hallo und herzlich willkommen zum 39. Let's Play The World of Tanks hier im Park und es geht los wie man gerade unschwer erkennen kann. Wo sind wir denn? Und hier. Äh, nicht parken. Wie tue ich parken? Wieso parken? Parken ist viel zu früh. Parken kannst du wenn wir fertig sind. Geil. Nice. Nice. Ich fang mal der U-Bahn. Ach komm mal der Straßenbahn. Ja, also ich glaub die wird einbrechen. Ich glaub was hat sich jetzt erledigt mit dem... Was machen du da? Nein. Geh weg da schnell. Weg. Ihr wisst, ich bin zu offensiv. Wo kam der jetzt von uns? Hey. Ich seh, hier geht's nicht mehr weiter. Es wär zwar schön, aber es geht nicht mehr weiter. Ja. Oh, dann kann ich mir noch was kaufen? Ich weiß es gar nicht. Ich brauch noch. Oh, ein Spiel noch und dann kann ich mir was kaufen. Cool. Also noch was für sich. Obwohl. Moment. Forschung. Ich weiß nicht wie viel der kostet. Wie viel kostet der? Oh, ne den kann ich mir nicht kaufen. Der ist zu teuer. Am Anfang hatte man immer so viel Geld und dann hat man sich Panzer gekauft und jetzt hat man keiner mehr. Tja. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt... Beziehungsweise wir sehen uns wieder in der vierzigsten Folge zu Let's Play World of Tanks. Wir haben heute glaube ich jetzt schon sechs Folgen aufgenommen. Das war schon wieder cool. Nein. Vier waren das. Vier waren das. Was? Vier? Dreiunddreißig? Wir sind jetzt bei neununddreißig. Ja, okay. Okay. Ja, gut. Ich glaub ja. Ich meine, das ist die sechste Folge zu heute. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Together World of Tanks mit uns im Panzerland. Und wir müssen die 15 Minuten einhalten. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.